Ja, ich benutze ein paar Texte, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, die mit Raff zu tun haben und werde dazwischen immer etliches freierzählen, so gut ich das zusammenkriege und wieder immer vorformulierte Sachen reinziehen, auch aus Büchern vorlesen. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt, sodass ein Faden da ist. Ich will ein bisschen was erzählen zu dem Hintergrund, wenn man so will, historischen, auf dem die Raff entstanden ist, was gerade jüngere Leute heute vielleicht weniger wissen und auch in Publikationen, die ich jetzt gesehen habe, steht dazu eigentlich sehr wenig drin. Also ich denke, dass es deutlich wird, aus diesem selben, mehr oder weniger selben generationellen Hintergrund kommt ja etwas später die Raff, aber bis es zu der kommt, passiert ein bisschen. Ich will ein paar Wörter zu den Gruppen, zu der Zentralgruppe vorhersagen, die die politische Situation bestimmte. Das war der SDS, also Sozialistischer Deutscher Studentenbund in Freiburg, wo ich 1967, so nach der Erschießung von Bernou ohne Sorg, die für viele so ein Eintrittsdatum war, in diesen Verein reingegangen bin, waren das knapp 30 Leute. In anderen Städten außer Berlin und Frankfurt waren es nicht mehr. Die Delegiertenkonferenzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, umfassten vielleicht 60 offizielle Delegierte oder so. Kiel, Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt, Köln, Heidelberg, Tübingen, München, Freiburg, die Hauptorte, die ich erinnere. Das waren 1967 vielleicht 500 Leute als ständige Mitglieder, die dann langsam anwuchsen. Sich vergrößern, agitieren war die Hauptarbeit, Leute überzeugen, mehr werden, mit dem Anspruch aber Offenheit. Mit jedem wird geredet, egal wie blöd oder gemein er sich anstellt. Hintergrund davon, das war, glaube ich, sehr wichtig für die Art Offenheit, die man auch aufbrachte, um jede auch ewig wahnsinnige Diskussion stundenlang durchzuhalten oder durchzustehen, war, glaube ich, der, was man heute den sexuellen Aufbruch der frühen 60er nennen kann, die Pille, verbunden mit Make Love Not War, dem Spruch, der aus Amerika rüberkam, also die zwei Parallelen, Anti-Vietnam, Love Anti-Vietnam, gerade deshalb für den Vietcong, aber trotzdem sprachen Vielfalt offen, auch keine Fraktionszwänge, auch wenn solche Gruppen Beschlüsse machten, gab es keine Mehrheitsentscheidungsverbindlichkeiten, eine Minderheit oder ein Teil konnte trotzdem machen, was sie wollte. Ausschlüsse auf dieser Ebene, das hat die DKP, späteren DKP-Leute, wurden ausgeschlossen auf einer Delegierten Konferenz Münchner Gruppe, wenn ich mich richtig erinnere, Kommune 1 wurde ausgeschlossen. Im Übrigen versuchte man aber, dieses Prinzip von Offenheit gelten zu lassen, es gab auch keine Aufnahmekriterien, Prüfungen und so ähnliches Zeug, das wurde alles abgeschafft, man ließ das wegfallen. Die Gruppenzunahme war, das waren sehr arbeitsmäßig sehr strenge Gruppen, man musste, wenn man da drin war, mehr oder weniger den ganzen Tag dafür arbeiten, oder wollte das auch. Die Nächte dazu, der Zuwachs ging langsam, es kamen immer mal 1, 2, 3 dazu, bis zum Frühjahr 68, den ersten größeren Aktionen, einmal die Straßenbahngeschichten, dann um Pariser Mai und Abwehr der Notstandsgesetze, auf die ich gleich ein bisschen ausführlicher eingehe. Ulrike Meinhof, glaube ich, kann man sagen, wenn man mit einer der RAF-Personen anzufangen, stand dieser Entwicklung, dem, was ich eben beschrieben habe, von westdeutscher Linken relativ fremd gegenüber. Sie kam eher aus Ostermarschbewegung, DDR-Pazifismus, Atomgegnerschaft, also aus einer offiziell existierenden, eher der Ostlinken, hatte Sprechen und Schreiben gelernt, ohne die eben von mir geschilderten Sprachprobleme, talentiert, Sprache im Leichtlauf. Aber nicht diesen Hintergrund Universität, auch nicht diesen Hintergrund Sexualisierung, sondern relativ früh Ehe, zwei Kinder und Journalismus. Der erste große Moment dieses Journalismus, ihres Journalismus, kam in der Kampagne gegen die Notstandsgesetze, das war im Frühjahr 1968, die daran mündete, dass in Bonn sich nach Schätzung 80.000 bis 100.000 Leute anfanden und gegen die Verabschiedung dieser Gesetze protestierten. Der Begriff von APO bildete sich dabei, also was schnell außerparlamentarische Opposition in allen Zeitungen, Zeitung vor allen Dingen hieß, aus dem SDS heraus und aus den Gruppen, die ich kenne, arbeiteten. Wir standen dem eher, ich will mal sagen, nicht feindlich, aber mit einer gewissen Abwehr gegenüber und empfanden das als eine Art von unangemessener oder auch unfundierter Konkurrenz. Ich glaube, das ist ein Punkt, der von heute überhaupt nicht leicht zu sehen ist, den ich aber sehr wichtig finde. Das war eine Journalistin und es gab politisch arbeitende Leute, die den ganzen Tag in der Gegend rumrannten und was vollkommen anderes machten. Die wollten nicht 100.000 Typen nach Bonn bringen, die man sowieso nicht organisieren konnte. Wir wollten 15 Leute Zuwachs für unsere Gruppe in einem Jahr. Das wäre fantastisch gewesen. Aber nicht mit Fluchblättern rumrennen, zu jeder Gewerkschaft, in jede Vorlesung, zu jeder Veranstaltung und gegen einen Gesetzeskörper agitieren, der von dem sowieso ziemlich klar war, oder absolut klar war, dass er nicht zu stoppen wäre, dass die Gesetze unter allen Umständen verabschiedet werden würden, was ja auch passierte, trotz 100.000 Leuten in Bonn. Dort hörte man zwar Heinrich Böll reden und sah Erich Fried mühsam mithinken in der Menge und man freute sich, diese Gesichter zu sehen. Aber politisch war das für eine politische Entwicklung, die wir für die Unis oder auch drumherum, Lehrlingsgruppen, die sich angefangen hatten zu bilden oder wo manche Leute hingen, Gewerkschaftsarbeit machten, als nicht nur überflüssig, sondern als schädlich empfunden. Der Effekt trat auch genau ein. Die Gruppen vergrößerten sich sehr schnell und im Laufe von 67 bis 69 saßen dann nicht mehr 30 da, sondern 120 Leute, die in einen Diskussionsprozess fast auch nicht mehr zu integrieren waren, vernünftig. Das teilte sich auch in Basisgruppen über die einzelnen Institute. Das war eine sehr vernünftige Ausbreitung einerseits, wo auch eine Art von theoretischer und praktischer Arbeit weitergemacht wurde. Es gab dieses, was APO genannt wurde, drumherum eine ungeheure Menge sozusagen anpolitisierter Leute, die zu Demonstrationen kamen oder zu bestimmten Anlassen und Veranstaltungen kamen. Dann waren da eben Tausende oder standen Zweitausende auf der Straße und protestierten gegen Vietnam oder andere Sachen. Aber in die, ich würde mal sagen, politische Arbeit oder diese Agitation, wie macht man aus Leuten eine Sorte von Sozialisten, die nicht diesem DDR-Sozialismus anhängen, dem Ostsozialismus, sondern was heute so freiheitlicher Sozialismus genannt wird, aber wir haben auf den Begriff auch eher gepfiffen, mal verwendet, mal nicht. Ob das nun Sozialismus heißen musste, gut, Marx probierte man, so gut man konnte, das aufzufassen, zu lernen, auswendig zu lernen, anzuwenden, zu diskutieren. Aber das hatte seine Begrenzung an der Stelle, wo, sagen wir, das Leben anfing, wo Liebesverhältnisse anfingen, wo man trank. Das war natürlich alles hoch alkoholisiert. Nächte ohne Alkohol durchzustehen, war kaum möglich. Schlafen ging fast niemand vor sechs. Der Vormittag wurde geschlafen, Mensamittags Fluchblatt verteilen, an der Mensa oder Büchertische machen. Dieser Rhythmus in der Weise, also diese Mischung von bohemistischen Elementen und politischen Elementen, das war überhaupt nicht von einer zu trennen und sowas wie ein Dogmatismus und eine Liniendiskussion, der man folgen musste, konnte sich daran überhaupt nicht entwickeln und sollte sich auch nicht entwickeln. Das breitete sich aus, also Wohngemeinschaften, die alle zogen natürlich in Wohngemeinschaften, soweit man Wohnungen kriegen konnte, nach und nach ging das auch, dass Vermieter sich daran gewöhnten, Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Ein sehr großes Problem am Anfang. Was sich weiterentwickelte Anfang der 70er, also Anti-AKW, AKW-Frauengruppen, Filmgruppen, Musikgruppen, das ist alles bekannt, dazu brauche ich nicht weiter viel zu sagen. Aber es ging um Dinge, wo man was sehen und hören kann, wo man einen Widerstand leisten kann gegen greifbare Dinge. Hier sollen Kernkraftwerke gebaut werden, in Politik, in Frauengruppen. Nichts von diesen Dingen war eigentlich im Wesentlichen erstens journalistisch fundiert, in der Presse fundiert. Man brauchte das nicht. Es gab ungeheuer viele Genossen, die auch in die Zeitung lasen, es sah auch fast niemand fern. Erstens war die Zeit nicht da und die Quarkköpfe im Fernsehen, konnte man darauf verzichten. Nachrichten sowieso, Filme waren die Ausnahme, die man ansah. Treffpunkt Kino oder Kristallisations, Punkt Kino, Betriebsarbeit. Der nächste Punkt, der anfing, als die Gruppen größer wurden. Aus vielen SDS-Gruppen heraus gab es IG Metall-Wochenenden. Ich habe selbst eine Weile regelmäßig Lehrlinge-Wochenenden versucht, in Marx zu unterrichten und in anderen Dingen, so gut ich das konnte. Wobei aber die Person wichtig war. Was machte man? Wie redete man mit denen? Warum wollten auch Gewerkschafter, dass man da auftauchte? Warum wollte der IG Metall-Vorsitzende des Kreises SDSler bei sich haben und karte seine Lehrlinge an? Da war was im Raum, eine ungeheure Attraktion, an der irgendwie teilgenommen werden sollte und man war zwar nicht Arbeiter, aber mit Arbeiterbewegung hatte man was am Hut. Arbeiterbewegung war gestorben gewesen, die Bundesrepublik vorher. Es stand in irgendeiner Weise wieder auf. Es gab dort also eine Form von Annäherung und Entgegenkommen oder Versuche, zusammenzuarbeiten, will ich mal sagen. Aber eben kein Dogma, keine fixe Lehre. Viele dieser Lehrlinge haben später übrigens studiert oder einige wurden Sozialarbeiter. Nicht Universitätsgesellschaft also nur. Trotzdem spaltete dieser Punkt die Gruppen oder die politischen Lager. Es war ein ungeheurer Lernhunger da auf allen Seiten und Linien, aber je mehr die Gruppen größer wurden und sich das aufteilte in verschiedene gesellschaftliche Bereiche, desto notwendiger wurde für viele dort so daran arbeitenden Genossen, einer bestimmten Linie zu folgen oder auch ihren eigenen Unsicherheiten zu begegnen. Denn, na gut, diese Art von Leben ist natürlich sehr auszehrend. Und wenn man das zwei bis drei Jahre macht und auf diesen Zeitraum bewegte sich das zu, waren die meisten an der Grenze psychischer Zusammenbrüche. Das Studium war sowieso aufgegeben für viele schon in dem Moment, als Examen machen, egal. Lehrer konnte man sowieso nicht werden. Die bekannteren Leute hatten längst ihre Akten, obwohl es die Berufsverbote noch nicht offiziell gab. Wie es auch später gehandhabt wurde, wusste man, beim Verfassungsschutz liegt stapelweise dieses Zeug. Man wird nicht Lehrer werden können, also braucht man auch nicht zu Ende studieren. Sehr viele wählten diesen Schritt hinaus, Betriebsarbeit zu machen. Das hätte man vielleicht, wenn es gewollt worden wäre, integrieren können, auch noch in die universitären Gruppen, die auch Betriebsarbeit versuchten. Aber hier wurde von den Leuten, die sich entschlossen, das zu ihrer Haupttätigkeit zu machen, einen Bruch herbeigeführt, in dem der berühmte Hauptwiderspruch kreiert wurde. Also der Widerspruch von Arbeit und Kapital. Und alles hatte sich an diesem auszurichten und wer das nicht tat. Und das ging mit einmal sehr schnell. Es wurde aus den Gruppen als Nicht-Marxist ausgeschlossen erklärt. Es fing also sowas wie eine sich marxistisch nennende Dogmatik an in diesem Moment, Anfang der 70er. Der SDS löste sich auf, explosionsartig. Ende 69 aus diesen Widersprüchen. Verschwand, einige blieben in der Hochschule. Andere machten Betriebsgruppen, gründeten diese K-Parteien mit dem K vorne, die sogenannten K-Gruppen. Andere wurden mehr oder weniger privat, arbeiteten für sich weiter oder versuchten sonst wie irgendeine Art von Berufsentwicklung hinzukriegen. Ich bin in dem Moment für ein paar Jahre als freier Mitarbeiter ins Radio gegangen, über einen Freund, weil ich in diese K-Gruppen nicht rein wollte. Das Grund, die ich gleich noch ein bisschen beschreiben werde. Also der Verein sprengte sich. Kampagnenpolitik auf dieser Ebene des Journalismus war sowieso weitergelaufen. Frauenbewegung begann sich zu bilden. Man muss, glaube ich, hier dazu sagen, die einzige Möglichkeit von Journalisten, sich in Politik zu mischen, auf dieser Ebene bestand darin, Kampagnen anzuleiern oder Kampagnen zu begleiten oder zu organisieren, was dann die ganzen 70er, teils 80er durchging. Ein Punkt, den ich immer als sehr entscheidend für die Vernichtung dieser SDS-Kerngruppen empfunden habe, dass man sich immer an Kampagnen hängte, wo längst klar war, man bekämpft was, was längst beschlossen ist, was man nicht aufhalten kann, läuft immer hinterher, macht seine Organisation danach, organisiert die Busse, fährt dahin, karrt die Leute dahin, kloppt sich ein bisschen mit der Polizei, fährt nach Hause, hat das nicht verhindern können. Ich fand das widerlich und habe auch mehr oder weniger aufgehört, meine Beteiligung an diesen Sachen einzustellen. In diesem Moment, in dieser Situation, wofür aber vollkommen entscheidend war und wichtig, dass die Leute, die sich abtrennten oder die K-Gruppen machten, einen von einem Tag auf den anderen nicht mehr kannten. Also Leute, für die man am Tag vorher unter allen Umständen, was auch oft passiert ist, wenn jemand verhaftet wurde und jemand war dabei, dann griff man die Polizisten an und warf die auch rum oder über irgendwelche Hecken und das funktionierte auch. Wäre man verhaftet oder niedergeschlagen worden, das war egal, das wurde riskiert und war auch weiter keine Diskussion, aber dieselben Leute, mit denen man so gelebt hatte, noch eine Nacht vorher, noch eine Woche vorher, waren mit mal weg. wenn sie was gegründet hatten, über Nacht diese Gründung, wir heißen jetzt KPD sowieso, ML, Roter Morgen, AO, ich bin Betriebsgruppe, sowas. Was ist das für eine Betriebsgruppe? Bis gestern gab es das nicht. Ja, das ist geheim. Dazu darf ich dir nichts sagen. Und die Leute fingen an die Straßenseite zu wechseln, wenn man ihnen begegnete und das klingt grotesk, aber dieser Bruch, von dem ich sagen würde, es war ein Zusammenbruch, bei den einen Leuten ein psychischer Zusammenbruch aus diesem Nicht-mehr-Aushalten dieses jahrelangen Rotierens und des Anspruchs darin, sowohl vernünftige Liebesverhältnisse zu entwickeln, aber auch freie Sexualität, mit jeder Frau schlafen, mit jedem Mann schlafen, aber trotzdem Liebesverhältnis haben und das machten viele über längere Zeit nicht mit. Frauen brachen an dem Punkt im Sexuellen meistens schneller zusammen als Männer. Männer brachen an anderen Stellen zusammen, sei es an Alkoholismen, einige sofften sich zu Tode, einige brachten sich um. Der Ausstieg in diesem Moment war ziemlich rabiat und relativ groß. In dieser Situation, ich glaube, man kann die RAF überhaupt nicht, die RAF und deren Politik überhaupt nicht kapieren, wenn man diesen Hintergrund nicht hat, in dieser Situation genau kommt Ulrike Meinhof aus konkret raus. Abstrakt radikalisiert und findet vor, nichts. Nicht die Massenbewegung, die sie sich unter dem Namen APO zusammengeklappert hat auf ihrer Maschine. Radikal rotierend im Nichts, treffend auf Geheimgesellschaften, Splittergruppen, private oder dogmatische Parteikommunisten und verbindet sich mit der relativ militantesten oder anarchischsten Gruppe, die übrig ist den Kaufhaus Brandstiftern um Bader und Ensslin. Sie bilden die RAF. Rote Armeefraktion, Vorbereitung des bewaffneten Kampfes. Was hätte sie sonst tun können? Die einzige politische Grundlage, die sie hätte vernünftigerweise vorfinden können, war Arbeit in der Frauenbewegung, denke ich. Aber da war Alice Schwarzer. Und von da kam sie ja gerade, vom Journalismus, mühsam die Trennung und Scheidung hingekriegt von Röhl, der wie immer auch sollen Ekel sein, gewesen sein, ich weiß das nicht, ich kenne ihn nicht, will dazu nichts sagen, wie und warum die Kinder zurückgelassen auch nichts sagen, jedenfalls mit großer Mühe sich daraus befreit aus diesen Zusammenhängen, in diese Situation kommt. Ich denke, schon die Gründung der RAF ist ein Verzweiflungsakt in der Lehre, in der politischen Lehre, die entstanden war, Anfang der 70er, mit diesen Anrührungen von Krankheit, Alkohol, Trennung und das hieß Reduktion. Das, was ich vorhin als Sprachexplosion beschrieben habe, ist genau wieder zurückgenommen worden, Anfang dieser 70er, eingeschmolzen auf zwei, drei vorgeschriebene internationalistische Sprachen, diese Einschätzungssprachen, von China bis Angola in bestimmte Sätze jede Woche reinzukriegen in sein Parteiblatt, wie die Weltlage ist und mit ein paar Mao-Zitaten garniert oder wie der politische Kampf, der antikapitalistische, bewaffnete Kampf läuft, hier und da mit genau der gleichen Sorte eingeschränkter Sätze von Guevara bis Vietnam. Nicht nur die Sprachen, glaube ich, wurden dicht gemacht, die Straße wurde in einer bestimmten Weise geschlossen. Genau das, was erobert worden war, Straße, Öffentlichkeit, Offenheit und Sprachvielfalt nach allen Seiten, verschwand in Nullkommanix in ein, zwei, drei Jahren wieder im Geschichtskulli. Nicht ganz, als hätte es das nicht gegeben, bei einigen hier und da ging es weiter, aber auf sehr vielen Ebenen privat und die öffentlich, aber gerade die öffentlich relevant bleibenden Gruppen, mit Ausnahme jetzt der Frauenbewegung, bei der sich was anderes abspielte, eine eigene große gesellschaftliche Entwicklung, aber gerade bei den K-Gruppen und bei der RAF, die als übrig bleibende greifbare Gruppen ins Zentrum der politischen Betrachtung rückten, war diese Sprachverengung, diese Denkverengung besonders eklatant, woraus das resultiert, was ich für mich abstrakten Radikalismus nenne, also ein Radikalismus, der sich auf Gesten, auf Ansprüche, auf Forderungen beschränkt, revolutionäre Haltung verbreitet in Sätzen, Parolen, in Analysen eigentlich kaum mehr macht, kaum mehr durchführt, diese ganze mühsame Arbeit, das ganze Gewimmel und Durcheinander, das Wirklichen in halbwegs vernünftige Sätze reinzukriegen, die vielleicht stimmen, die in irgendeiner Weise mit dem, was man sieht, was man wahrnehmen kann, übereinstimmen, aufgegeben, mehr oder weniger aufgegeben wurde, keine Rolle mehr spielt, ob das stimmt, was man sagt. Zu stimmen hatte das nur noch im abstrakten, theoretischen, marxistisch hätte man früher gesagt, voluntaristischen Sinn oder so, aber das ist selbst so ein Wort aus einer dieser Sprachen, das sich nie benutzt, habe, auch nicht benutzen möchte. Kräche in den Beziehungen. Das Merkwürdige oder auch nicht Merkwürdige war, dass die meisten Leute, die in diesen politischen Gruppen, die ich eben beschrieben habe, gearbeitet haben, trotzdem irgendwie den Anspruch empfanden, an sich selber nicht aufzuhören, also irgendwie weiterzumachen in dem, was da war. Das waren aber nur, fast nur die K-Gruppen oder die RAF, sodass fast jede Wohngemeinschaft, jede Gruppe anfing in zerfleischenden Diskussionen, diesen Punkt zu wälzen, ob man sich der RAF anschließen muss oder nicht und so unter dem Einfluss in fast jede SDS-Gruppe war irgendein radikalisierter Südamerikaner, der dem südamerikanischen Guerilla-Sachen näher stand, Iraner und so in Freiburg war es ein Argentinier, so wie Salvatore in Berlin bei Dutschke, diese Paare, Drittwelt, Erstwelt oder wenn man will umgekehrt, fingen an, sich über diesen Punkt in die Haare zu kriegen, zu entzweien. Was Dutschke gesagt hatte, was für mein politisches Verständnis auch immer richtig war hier gegenüber, es nützt nichts, irgendeines dieser politischen Großgesichter abzuknallen, da kommt ein anderes an die Stelle, das spielt keine Rolle, die Leute haben keine Macht, ob das, gut Schleier war damals noch nicht in der Diskussion, aber später, ob der Arbeitgeber Präsident der oder der oder der ist oder ob im Persien der oder der oder der der Schar ist, die Herrschaft wird in dem Sinne nicht von Einzelfiguren weder in der bürgerlichen Gesellschaft noch in bestimmten feudalistischen Drittweltgesellschaften ausgeübt, sondern von anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, Industrien, ökonomischen Schichten, die nicht erreichbar sind auf dieser Ebene. Also diese Diskussion war eigentlich gelaufen, dass die Beseitigung einzelner politischer Figuren des Kapitalismus oder aus der Großbourgeoisie unsinnig sei und wurde auch im SDS geteilt, denke ich. Hatte nichts damit zu tun, dass man sagte, keine Gewalt. diese Anerkennung von was wir revolutionäre Gewalt nannten, sei es in Vietnam, sei es in Südamerika, in Kuba und so weiter, das wurde natürlich alles vorbehaltlos, fast unterstützt, fast diskussionslos, meinetwegen auch zu unkritisch, aber es ging nicht um diesen Punkt keine Gewalt, sondern Attentate, Beseitigung einzelner bürgerlicher Idioten ist eine Unfugpolitik und bringt nichts, als dass der Staat seine gegen militaristischen und juristischen Mittel verschärft. Ich habe mich später sehr oft gewundert, in den 70ern, wie über die Verwunderung, wie die SPD und der Schmidt und die anderen bundesrepublikanischen Parteien auf die RAF reagiert haben, die vernünftigeren politischen Leute, die ich in den 60ern kannte, oder auch von mir aus kann ich das sagen, wir haben immer in dem Bewusstsein gelebt, dass das eine Fortsetzung des faschistischen Staates auf einer bestimmten Ebene ist. Sie hatten nie ihre Richter ausgewechselt, nie die Justiz entkämt, das Verschweigen der anderen Geschichten, in welcher Weise jetzt die Einzelnen beteiligt waren, wie es heute in sehr vielen Forschungen ja erst rauskommt, wussten wir zwar nicht, aber diese Tatsache, dass das so sein muss, dass man umgeben war von lauter Nazitätern, die auch nur darauf warteten, ich war ganz sicher die ganze Zeit, dass die bundesrepublikanischen Parteien furchtbar bedauerten, kein Vietnam zu haben, wo die Amerikaner einen Teil ihrer aufmüpfigen Jugend hinschicken und loswerden konnten, wie die Opfergeschichten immer laufen und bei uns nicht, bei uns war kein Krieg, bei uns war Pazifismus, mit unserer Generation war zum ersten Mal nicht möglich, sie ins Kriegskulli abzutreiben, wie das vorher immer gemacht worden ist und immer wieder gemacht wird von autoritären Gesellschaften. Das brauchte eigentlich einem kann keiner erzählen, da war auch die RAF nicht nötig für dass dieser Staat sein Gesicht in dieser Weise zeigte, wie er es dann tat. So. Warum trotzdem nicht in die RAF? Abstrakt hätte ich mich wie viele andere verpflichtet gefühlt, ein Gewehr zu nehmen und sich zumindest abstrakt irgendwie diesen internationalen Befreiungskämpfen anzuschließen. Vietnam, Mao, Macht kommt aus den Wehrläufen. Jeder sagte diesen Satz dauernd. Wenn schon, hätte ich eher zur RAF tendiert als zu den K-Gruppen. Aber ich bin in die K-Gruppen anfangs gegangen, nicht lange. Meine damalige Freundin, spätere Frau, hat ganz schnell aufgehört, nach zweimal, Gruppen mit Befehlen, Hierarchien. Das geht nicht. Wozu hat man das gemacht, jahrelang? Wenn man sich jetzt einer Gruppe anschließt, die einem vorschreibt, du gehst nach Stuttgart in Betrieb, du gibst das hier auf, du gehst dahin, dort haben wir das zu bilden, du gibst dein Gehalt ab, etc., diese und diese Mengen, das kam nicht in Frage. Hierarchische Gruppen empfanden wir als absolute Auflösung dessen, was vorher politisch probiert worden war. Weitere Gründe, Geriecher Fisch im Wasser. Von allen, die für Raph plädierten, verbreitet, das konnte mir keiner weismachen. Da war kein Fischwasser um einen rum, keiner Stadt in Deutschland, die ich kannte, die in irgendeiner Weise Geriecherus unterstützt, getragen, auch nur versteckt hätte, bis auf ein paar einzelne Leute. Große Argumentationen in Freiburg zum Beispiel, Schwarzwaldbasis, gerade Südamerikaner brachten das vor, man zieht sich in den Wald zurück und bildet sowas, man braucht ja nur mit dem Auto hinfahren, einen Tag, da hat der Förster eingesehen und gemeldet, das Auto, das da nicht hingehört und wenn man da mal in der Hütte übernachtet und ließ das am Wegrand stehen, dann riefen die am nächsten Morgen an, wem das gehört oder ob man das im Wald wegwerfen wollte oder was der Geier war. Jeder Waldläufer, Spaziergänger, der zeigt einen an, auf jeder Wiese, an jedem Hügel, wo man steht, in den Städten ja nicht anders, wenn man sich in irgendeiner Weise politisch bewaffnet zeigen würde, und ich fand das vollkommen im Irrsinn. Wie ging das? Wie kam diese Argumentation zustande? Daraus die nächste Wahrnehmung, es stimmt nicht, was die Leute erzählen, was sie schreiben, wie sie agitieren, was sie sich versprechen, wie sie die bundesrepublikanische Gesellschaft revolutionieren wollen, stimmt nicht, es stimmt kein Wort und das, was ich und viele andere die Jahre vorgelernt hatten und das war geradezu die Existenzberechtigung für einen selber aus dieser Art von Politisierung, dass es stimmen musste, was man schrieb, dass es in irgendeiner Weise brauchbar sein musste, mit der Realität zusammenhängen musste und nicht ersetzbar war durch Sätze wie kill the pigs, tötet die Schweine und sowieso, egal, wir brauchen diese Differenzierung nicht, die auf allen Ebenen ja abgeschafft wurde, die K-Gruppen, was sie als erstes machten, in Freiburg zum Beispiel verkauften sie den gesamten Bestand des Buchladens, der mühsam aufgebaut worden war, drei, vier Jahre vorher, des ersten linken Buchladens, den es gab, das wurde sämtlich verscheuert, es blieben nur Mao übrig, drei, vier andere Texte und sie kauften Druckmaschinen davon, von dem Geld und druckten ihre KVZ und ihre Blätter, auf denen immer dasselbe stand, dieselben Sätze zur Weltlage, so dass bei mir hat sich in diesen Jahren, also, für mich waren das, ich will das ruhig ganz deutlich und krass sagen, keine Linken mehr, diese Gruppen hatten was Rechtes, sowohl die K-Gruppen wie die RAF, sowohl was sie sagten, der Anspruch mit Wirklichkeit übereinzustimmen, aufgegeben, Gewalt an die Stelle gesetzt, wo, gut, abstrakt Gewalt wir bejaht haben, für mich gleichzeitig aber immer feststand, dass Gewalt durch den Faschismus und die narzisstischen Morde das deutsche Problem überhaupt ist und man als ob jetzt als Linker oder egal, sagen wir mal als freiheitlich denkender Mensch, als jemand, der daran interessiert ist, freiere Lebensformen oder Lebensweisen zu entwickeln, Gewalt nicht in Frage kam, weil ich mir eine Gewalt in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann, die nicht in irgendeiner Weise mit Gestapo-Gewalt, KZ-Gewalt, dieser elterlichen Terrorgewalt, die man kennengelernt hatte, sowohl das Prügelns wie das Verschweigens verbunden wäre, wer sagte bewaffneter Umsturz in dieser Gesellschaft, abgesehen davon, dass das niemand mitmachte, fand ich das auch von daher unmöglich. Was also politisch, denke ich, weiterging im Sinne irgendwie von 68, das war Anti-AKW, das waren ökologische Ansätze und das waren Frauenbewegungszüge, die auch alle an Gewalt grenzten, also die Anti-AKW-Gruppen an die Gewaltsprengung, die Ökologen an diese Gruppen, also giftreine Welt, alles muss sauber sein, was auch nicht weit von faschistischen Ideologien entfernt ist, auch in Gewaltideologien, Frauenbewegung um Zug tötet die Männer Teile, aber im Wesentlichen waren das, denke ich, was es an emanzipatorischer Politik gab, ging da weiter, nicht auf diesen anderen Ebenen, mehr und mehr rechte, rechte Gruppen, die sie auch bis zu ihrem Ende geblieben sind. Die K-Gruppen reduzierten sich im Laufe der Jahre selber auf null durch gegenseitige Ausschlüsse, bis keiner mehr übrig war, also nach diesem Stalinismus-Gewalt-Prinzip, ein VW-Betrieb innen heute oder viele andere Industriebetriebe sind ein Muster an Demokratie verglichen mit den K- oder auch RAF-Kommando-Truppen gegenüber, Befehl-Hierarchien, Kommandostrukturen, Beschimpfungen derer, die nicht mitmachten, war das eine, was die Briefe zeigen, die ich jetzt in den letzten Wochen gelesen habe, dass sie das auch ausdehnten auf sich selber, die Beschimpfungen untereinander, wer abweicht von der jeweiligen Linie. Ja, los. Nee. Ja. Ja, nee, ich war nicht in K-Gruppen, ich bin hingegangen und nicht wieder hingegangen. Ich kannte natürlich viele von denen, die da reingingen, vorher. Ja, ja, ja. Ja, ja, die Frage ist wichtig. und ich würde nicht sagen, dass mir das in der scheinbaren Klarheit, in der ich das jetzt ausdrücke, so klar war, aber in der Tendenz schon. Also dieser Entschluss, nicht jetzt K-Gruppe weiterzumachen, gegen alle möglichen Widerstände. Und ich kenne viele Leute, die in dieses Wegnehmen der Straße, man konnte nicht mehr in dieser Weise politisch raus. Das ging bis ins Gehen, die Beine wurden einem steif. Man kriegte den Fuß nicht vor den anderen. Man wusste auch mit dem ganzen Körper nicht, wohin. In dieser Art Zerreißung. Der Anspruch ist eigentlich, ich muss da was tun, aber aus den und den und den Gründen tue ich das nicht oder kann das nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da letztlich entschieden hätte, wäre meine Frau nicht entschiedener gewesen, die gesagt hat, nein. Und die Wahl wäre für mich gewesen, K-Gruppe oder diese Beziehung abbrechen. Wir haben uns 72, das war eine regelrechte Überlegung, entschlossen, Kinder zu kriegen. Wir machen eine Familie, wir gehen aus diesen Gruppen raus und auch aus dieser Empfindung die Leute, die einen nicht mehr kennen, die einen nicht mehr sehen. Dieses, nach und nach fing man auch an, ein bisschen von den alten kommunistischen Texten, was ich dann später die Selbstvernichtung der Linken in den 30er Jahren nennen würde oder genannt habe. Also bei, wie es bei Glaser, auf den ich nachher noch mal komme, bei Jan Falting und so weiter steht, Franz Jung, man wusste das ja alles nicht. Das Wissen von tatsächlichen Fakten des Kommunismus und Arbeiterbewegung war relativ gering, wurde erst nach und nach in diesen Momenten gelesen, umso horrender wurde das, was die machten, was die Kargruppen machten. Man lernte mehr und mehr über den Stalinismus, aber das passierte in den 70ern. Man kann das ein bisschen daran überprüfen bei mir, dass dieses Männerfantasienbuch 1977 erschienen ist und das enthält ja schon eine ganze Menge davon und das habe ich genau in diesen Jahren geschrieben. Parallel zu diesem Prozess eben nicht dahin zu gehen, sondern zu Hause zu bleiben, Kind zu kümmern, meine Frau fing an zu arbeiten in der Klinik und ich schrieb halb die Kinderarbeit und die entfernte, glaube ich, am stärksten von diesen Geschichten. Das gab einen anderen Blick, einen Vormittag alleine zu Hause mit einem Kind, das auf dem Teppich rumkrabbelt, zuzubringen. Selbst, es tauchten ab und zu Leute auf, jemand rief an und sagte, hier reist einer durch, ein chilenischer Genosse, können wir den verstecken, der muss weiter, denn kam der drei Tage an und sagte, mach die Gardinen nicht auf, ich kann gesehen werden. Man musste eine Landkarte für ihn kaufen, damit er über die Schweizer Grenze, die größter Maßstab, konnte mit großem Widerwillen habe ich das gemacht, ich fand das Unsinn, ich fand die Märchen, diese andere Sorte leben und ich habe das auch nicht als Widerspruch empfunden, wenn, also links sein oder links denken und diese Art von Aktivität, ich fand viel mehr, dass es, die entfernen sich immer weiter von dem, was ich mir unter links oder viele andere auch vorgestellt hatten, die Jahre davor und das wuchs im Lauf der Siebziger, es ist also nicht retrospektiv im Kern, retrospektiv ist es in den Formulierungen, die ich jetzt verwende, weil ich meine Formulierungen von da nicht mehr habe und die waren mit Sicherheit zerrissener, ich war absolut zerrissen zwischen diesen Polen, politischer Aktivist war sozusagen die Selbstverpflichtung und jetzt saß man zu Hause mit dem Kind und machte was ganz anderes und eine neue Welt, die angefangen wurde und the facts, ja Schmierer, Semmler, Knapp, viele andere, die herumkommandierten, KPD-AOs gründeten und so weiter und so weiter, es ist witzig jetzt, wenn man sie in ihren Semmler in dem Taz-Rückblick heft, zur RAF, das sonst sich sehr verdienstvoll findet und das auch sehr viele gute Quellen zusammenträgt, was Peter Brückner angeht und alles das, das kann man da alles wunderbar nachlesen, dazu will ich auch jetzt nicht viel sagen, aber die sagen zum Beispiel, die verschweigen ihre KPD-AO-Zeit, Semmler sagt kein Wort dazu, spielt den abgehobenen politischen Kommentator über die Geschichte und finde ich irre, finde ich für mich unbegreiflich, sowas zu, aber das ist ein Zug, der gehört zu diesem abstrakten Radikalismus, der abstrakte Radikalismus kann springen, der ist übertragbar von der einen Geschichte auf die andere, weil die Regeln sich relativ gleichen und die Praxisabgehobenheit, je weiter sie da ist, also je weiter man vom wirklichen Gewimmel des wirklichen weg ist, desto einfacher klappt das und funktioniert das. Gut, Journalismus hat viel damit zu tun und viel am Hut, Journalismus und Journalisten haben in der Politik nichts zu suchen für, mein Gefühl ist es für die linken Journalisten krass zu formulieren, das sind, da kommt eine Leitartikel und Abstraktionspolitik raus und über die Notstandskampagnen, ich weiß wirklich persönlich, wie ich wütend war auf Ulrike Meinhoffs Texte, sagte, die betreibt da was, was sie nicht in der Hand hat, die leiert was an, was in vollkommene Richtung geht, die kein Mensch weder organisieren noch kontrollieren kann, aber man, das ist eine Quantität, man kriegt eine große Zahl hin, diese ganze Politik der großen Zahl, die Linken zählen nach so und so viel, über Jahre mit Leuten mich fast geprügelt, Walter Mossmann, mit dem ich gut befreundet war, jedes seiner Lieder mit der Zeile endete, aber wenn wir erstmal mehr sind, dann machen wir das, mach doch mal eine andere Schlusszeile, lass doch, ähm, und ging nicht, manche machten diese Schlusszeile immer, immer weiter. Ich mache einen kleinen Sprung nach 77, die Tode der RAF, Gefängnistode, ne, ob Mord oder nicht Mord, will ich nicht drauf eingehen, ich war in dem Moment, wie fast alle überzeugt, natürlich Mord, wenn ich die Briefe jetzt lese, bin ich weniger überzeugt oder zumindest steckt die Selbstorganisation oder Inszenierung des Todes da drin, das will ich aber nur streifen, ich will auf den Punkt Opferung kommen, die, das ist ein Punkt, der immer übersehen wird oder gerne übersehen wird bei allen politischen Gruppen aus ganz naheliegenden Gründen, man hat dieses merkwürdige Phänomen, warum ist Rudi Dutschke im Lauf der 70er Tod, Kral, es war ein Autounfall, verschwunden, mehrere, fast aus jeder SDS-Ortsgruppe wird man einige nennen können, aus den ausgestellten Positionen, aus der Führung, den sogenannten Führungspositionen, diese Mutpositionen, sich aussetzen, sich vor Seele stellen, reden, selber nicht genau wissend, soll man das, wie man das macht, kann man das überhaupt, ist man dazu berechtigt, sich durchzusetzen gegen tausend schreiende Leute, die sagen, halt die Klappe, die nichts hören wollen von irgendeinem, sagen wir, marxistischen Wort oder auch kein Wort zu Freud, Freud war besonders ein rotes Tuch, wenn man vor Versammlungen mit Behandlung des Kleinkinderkörpers anfing, gab es einen Aufschrei des Protests und des Widerwillens, was hat das mit Politik zu tun, daran zu bleiben, das auszuhalten, sich durchzusetzen, nach einer Weile kennt einen jeder in so der Universität oder auch teils Öffentlichkeit der Stadt, diese ausgestellten Positionen, die sind ja immer höchst gefährdet für alle Leute, die sich diese Position zuziehen oder Rolle zuziehen, diese, und zwar einerseits, man kriegt bestimmte Gratifikationen, weil man sich als ein Leader und eine Führungsposition verstehen kann oder auch als jemand, der denkerisch, rednerisch oder sonst wie überlegen es den anderen, aber man wird gleichzeitig das, was, also Lloyd de Maus, amerikanischer Psychohistoriker ist, der für mich da die besten Begriffe in der Hinsicht entwickelt hat, man wird sowas wie ein Giftcontainer, nach der, für die Anhänger und für die, die einen in der Öffentlichkeit angucken, bestimmte Fantasien, die rein projiziert werden, Dinge, die man ausführen soll, die einem nicht verziehen werden, wenn man es nicht macht, man wird ja konstruiert im Bild, im Blick der Öffentlichkeit, wenn man sich diese öffentlichen Positionen zuzieht oder anmaßt, muss sich teils nach denen verhalten, Politiker leben davon, die leiden nicht darunter, sondern im Gegenteil, können das genießen oder auch Machtzuwachs oder Stimmenzuwächse genießen, Leute, die aus einer Position kommen, die aber nicht eigentlich in Führungspositionen wollen, sondern denen daran liegt, jetzt mal ruhig anmaßend gesagt, die Masse zu entwickeln, in dieser zu verschwinden, nicht auf Führerpodesten zu hocken, sondern politische Initiativen und Aktionen anzustoßen, die sowas wie Gleichheit, befreites Handeln, bessere Möglichkeiten, sich in Beziehungen zu verhalten etc. etc. ist man genau in diesem Widerspruch, dass man zwar einerseits in diesen Redepositionen hockt, Goddard hat das mal sehr scharf formuliert und spitz in dem Satz, wer zu mehr als zwölf Leuten sprechen kann, ist ein Diktator und ich habe daran auch immer was richtig gefunden. Aber man fängt jedenfalls an in dieser Position, man wird was in der Fantasie derer, die einem zuhören, um es ganz grob so zu sagen. Das gilt auch für alle Titelblattleute, die auf die Covers kommen, ob das von Diana bis sonst wo ist, das sind immer Positionen, Todespositionen. Die grenzen daran, wenn in irgendeinem, wenn die Giftansammlung z.B. durch nicht agieren können oder sich hilflos fühlen oder eingesperrt fühlen, mit seinen Sachen nicht klarkommen etc. etc. Machtlosigkeiten entladen sich in so einem Rhythmus, in den Leute Mons beschreibt, als erst wird man geliebt wie in einer Ehe, im Honeymoon, dann kommen die Brüche ins Bild und das nennt er Breaking and Cracking Phase. Das nächste ist eine Fantasie in der Gruppe, eine Giftfantasie in der Gruppe, sie zerfällt. Sei es durch feindliche Infiltrationen, Unterwanderung, Überlegenheit des Gegners, Paranoid Collapse Phase nennt er das, was man bei fast allen politischen Gruppen sehr gut beobachten kann, wie auch in Einzelbeziehungen. Und die vierte dann der Blackout, wo das zu einer Art von kämpferischen Zusammenknall oder zu der Implosion auch kommen kann, so einer Gruppe, die oft dann gelingt oder diese Führungspersonen daran überlebt, dass man einen Sieg erringt. Also amerikanische Präsidenten, die dann immer einen kleinen Krieg starten in dem Moment oder die Iran-Geschichte mit den Hubschraubern, bei Kater klappt es nicht, dann wird er abgewählt, bei anderen klappt es, dann wird er wiedergewählt. Oder es gibt diesen Königs-Selbstmord oder Führerselbstmord, wie de Moos das nennt. Wenn man es nicht schafft, diese Giftgefühle, die sich in den Anhängern gesammelt haben, irgendwie zu kanalisieren oder unter Kontrolle zu bringen, dass man abtritt, dass man sich opfert und ein Neuer an diese Stelle tritt oder die Gruppe eine Transformation durchlebt. Dieser Prozess ist 1977 für mich sehr stark an der RAF gelaufen, an der RAF passiert. Es war eine ungeheure Menge schlechtes Gewissen da bei all denen, die nicht dieser Politik gefolgt waren, die was anderes gemacht hatten, ob aus den besten Gründen oder aus den schlechtesten oder auch nur aus Angst oder Feigheiten, ist vollkommen egal. Aber dieses Gefühl, eigentlich nicht genug getan zu haben, aber andererseits diese Gruppe abstrakt unterstützt zu haben, genau wissend, das endete in einem Tod, das konnte nur in einem Tod enden. Dass ich also gut ein paar Jahre später in den 80ern zu der Formulierung gekommen bin, das war eine Art von Zusammenarbeit, wie in solchen Sachen immer eine Form von Zusammenarbeit vorliegt. Es ist eine Gruppe da, die jemanden anbietet, geopfert zu werden gesellschaftlich. Es ist eine kleine Gruppe daran da, die sich anbietet, dass es an ihr vollzogen werden kann. Und ein Staat oder eine Polizeigewalt, die das dann durchführt, findet sich immer mit Kusshand und Leichtigkeit. Die braucht man nicht lange suchen. Die leckt sich die Finger. Aber diese Form von Zusammenarbeit im politischen Outlaw-Tum und in einer Masse, die übrig bleibt, das ist für mich das Sympathisantenphänomen. Denn die meisten dieser Sympathisanten hatten mit irgendeiner praktischen Politik überhaupt nichts zu tun, was speziell die Uni-Professoren betrifft, die ja sehr stark in dieser sogenannten Sympathisantengruppe waren, die ihre Seminare gemacht hatten, die seit Jahren von politisierten Studenten hörten, was ihr da macht, ist eigentlich nur isolierte Hochschulscheiße. Das verändert die Gesellschaft nicht und ihr müsstet eigentlich ganz woanders sein. Und viele glaubten das auch oder viele glaubten das halb oder halbwegs und rannten mit dieser immer halben Trauerfahne, das nicht genügend Engagiertseins, weil auch guten Seminar abhalten ist auch nicht unbedingt das Tollste für ewige Jahre und man möchte sich als Revolutionär doch fühlen und die Lage durchschauen oder zumindest die Papiere abliefern, in denen die Lage richtig beschrieben ist, etc. Dieser merkwürdige Wust von nicht politischer Praxis, Schuld und Schuld und einer Gruppe, die sich ausstellt, Opfer, die die Opferposition sozusagen übernimmt, ob das die, man kann religiöse würden sagen, die Jesus-Position, ich nenne das die Opferposition in Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen, das ist ganz egal, ob das eine politisierte Gruppe, linke Gruppe ist, rechte Gruppe ist, dieser Vorgang ist relativ gleich, kommt bei den allen vor. Und ja. Ich würde mich genauer interessieren, weil man nur diesen Buch, also diesen Bezug zur Realität zu verlieren, in den Texten genau ansetzt, also dieses Phänomen, was du da beschreibst, sag mal so, zwischen dem Organisationsreferat von Karl Dutschke und dem Konzept Stadtgeräher. Ich meine, es gibt ja auch eine Reihe von Texten von Ulrike Meilenhoff, denen ich noch so eine analytische Qualität zum Beispiel zusprechen würde, was das jetzt so ziemlich frontal, so die Ostlinke quasi, die Journalismus macht und diese explosive, also text-explosive Linke gegeneinander gestellt. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, wie man das so machen kann. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, bei diesen, wo du gesagt hast, wo dann noch so emanzipative Politik möglich war, Anti-AKW, Öko-Friedensbewegung, ob es da nicht genauso eine Art von abstrakter Radikalität, vielleicht auch von abstrakter Friedlichkeit gegeben hat, wo man ähnliche Prozesse vielleicht auf einem anderen Level mit einem anderen Inhalt feststellt. Das würde ich nochmal kritisch dazu. Ja, glaube ich auch. Also zweite Hälfte würde ich sofort sagen, ja, ist so. Bei diesen Gruppen kann man das auch sehen. Den Abstraktionsgrad jeweils muss man im Einzelnen bestimmen. Kann man nicht pauschal sagen. Bei Friedensbewegung, glaube ich, war die Tendenz sehr groß. Frauenbewegung kommen wir wieder aber auf die Ost. Stärkere Ostanteile drin. Von dieser Sorte zweite Welt, wie konkret das nennt, Sozialisation. Sehr viele, ich kenne keinen Dikapeler, der nicht in der Friedensbewegung in irgendeiner Weise war. Und wenig Dikapeler in der Frauenbewegung, zum Beispiel. Also so eine Differenzen sind natürlich zu machen. Die analytischen Qualitäten der RAF-Papiere, glaube ich auch, konnte man die ersten bis Mitte 70er Jahre, konnte man das sehen. Also in diesen Schriften mit falschem Cover, die in den Buchläden verkauft wurden, unter falschen Titeln unter dem Ladentisch, weil die ja schon in den Buchläden verfolgt wurden und nicht offiziell verkauft werden durften. Aber immer dieser Punkt, bei mir hat das immer ganz schnell geendet, da war was Analytisches, aber dann kam ein Satz wie, wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid wie wir, dann unterstützt ihr faktisch die bundesrepublikanische Justiz. Punkt. Und da ihr die bundesrepublikanische Justiz unterstützt, seid ihr Schweine. Punkt. Ihr gehört also auch zu den Pigs, ihr seid eine Fraktion der Pigs. Das fehlte fast in keinem Text. Das ist auch in den frühen, fängt das sehr stark an. Die haben aber diese Spaltung, die sind teils analytisch und teils diese Wut da. Wer nicht denkt wie wir, der Begriff, der dann immer wieder auftaucht, hat unmaterialistische Scheiße im Hirn. Das ist eine Formel, die auch in den Briefen hier, aber dann untereinander auftaucht. Das fände ich an den Briefen im Knast, die Info-Geschichten. Ich weiß nicht, wer das kennt, diese Veröffentlichung herausgegeben von Peter Backer-Schuth, Briefe von Gefangenen aus der RAF, aus der Diskussion 1973 bis 1977 in Hamburg und Stammheim. Da ist dieses Prinzip des Sich-Schwein-Nennens derart ausgedehnt auf sie untereinander. Das jetzt abgesehen von Bader, Ensslin, Meinhof, jeder kommt an den Rand dessen so genannt zu werden. Das soll ich den Sprung machen dahin. Ich kann das mal, wie ich dieses jetzt gelesen habe, kurz beschreiben. Diese merkwürdige, aber ich belege das nicht alles mit Einzelbeispielen. Ich muss sich jetzt da überall rumblättern. Ich habe mir die angestrichen. Ich glaube, dann werden wir vielleicht zu lang. Ich fasse das ein bisschen zusammen. Diese, Moment, das kommt gleich. Ja, es ist schon etwa richtig hier. Der Vorschriftscharakter. Vorschreiben, was der andere tun und was er lassen soll. Ich setze es ein bisschen mit Familienverhalten in Beziehung. Etwa die Mama bei Franz Jung. Der Junge spielt doch nicht richtig, hält die Geige nicht richtig, guckt nicht richtig in die Noten. Komischerweise stimmt es aber, was er spielt. Aber er müsste es doch ganz anders machen. Dieses Mama will es aber so. Diese ganze Dressur der frühen und späteren Kindheit, Schulzeit, kommt mir in diesen Briefen aus allen Poren der Raffler unentwegt herausgeströmt. In ihrer Situation als Eingesperrte. Nur noch Vorschriften, Anweisungen, Richtlinien und dann die Kombination Befehle. Du musst lernen, was es heißt, einen Befehl zu empfangen und ihn zu befolgen. Sie landen damit genau im Kern des deutschen Elternterrors, der der Kern des deutschen politischen Terrors war, den man doch bekämpfen wollte. Vorschrift bis in die letzte Zeile oder wie sie auch oft sagen, bis zum letzten Atemzug. Ich lese mal so ein Stückchen Ensslin dazu vor, wenn sie an einen der anderen Inhaftierten schreibt. Du weißt nicht, was ein Befehl ist, sonst hättest du gemacht, was du jetzt allerdings sofort machen wirst, was der Befehl wollte, um von Disziplin nicht länger nur zu reden. Du weißt, draußen hätte dein Verhalten bedeutet, wir trennen uns von dir. Denn wenn einer einen Befehl durchzuführen vielleicht mal nicht in der Lage ist, es wenigstens versuchen kann, er immer. Du willst nicht, was sonst ist es? Erinnere dich, als du angefangen hast, bist du aus genau so einer Ecke gekommen, die du dir jetzt in einem Trakt, und das ist, was man verachtet, eingerichtet hast. Eine Schnecke mit dem Haus auf dem Rücken. Ist es das, was du willst? Und dieser Ton geht, es gibt fast keinen Brief, durch den er nicht durchgeht. Und gut, zur großen Politik. Ich habe immer, wenn ich gewählt habe, gedacht, es gibt drei Gründe. Atomkraft kann man stoppen, Abtreibungsgesetze und Bundeswehreinsätze. Und das waren drei Themen der Grünen. Und Atomkraft ist mehr und mehr zusammengebrochen. Werden nicht dicht gemacht, auch wo SPD und Grüne regieren. Abtreibungsgesetze sind so schlecht auch immer erledigt, mit Hilfe von CDU-Frauen. Aber hätten die auch nicht mal hingekriegt. Bundeswehreinsätze sind die Grünen nach und nach dabei, dem zuzustimmen. Also diese, was ich vorhin nannte, als übrig gebliebene Elemente emanzipatorischer Politik in den 70ern, die zur Gründung der Grünen geführt haben und da eine Weile auch ein gewisses Zuhause hatten, im Moment auch zu verschwinden scheinen. Und wenn eine Frage ist, und vielleicht ist es da wirklich eine Frage, ich füge noch ein Stückchen aus dem Interview an von vor ein paar Jahren, wo das darum ging, was ist denn gegen große Politik, was ist Politik, was soll man dann machen? Man kann tun, ja, denke ich, was man auch sonst tut. Jede, jeder Einzelne kann sehen, wo und wie er, sie, das Faschistische oder die Gewalt bekämpfen kann. Das ist in der Regel eine indirekte Angelegenheit. Nicht ein Kampf an Fronten und in Straßenschlachten, sondern in der eigenen Umgebung, eine Lebensbemühung an den Wohn- und Arbeitsplätzen. Entscheidend bleibt aber vielleicht die Straße, was sich dort entwickelt, wer dort was in Gang setzt und beeinflusst, die Straße und die an ihr liegenden Spiel-, Denk-, Arbeits- und Wohnorte. Ein autonomes Jugendzentrum in einer mitteldeutschen Kleinstadt oder kein autonomes Jugendzentrum? Ein Kino oder kein Kino? Wer es ist, der einem ein paar Bücher in die Hand drückt? Und welche Bücher das sind und welche Platten, welche Filme, die Tanzorte, welche Mädchen, welche Jungen sexuell erreichbar sind, erreichbar bleiben oder werden? Auch heutige Jugendliche finden nicht zu einer lebbaren Sexualität, ohne an den Wahnsinn zu streifen. Es sterben schließlich nicht nur Skin-Opfer am hiesigen Leben. All das Leben oder Nichtleben in den schon vorhandenen einzelnen Enklaven, auch den Rechten wird wachsen und sich weiter vom Ganzen isolieren. Lauter halbautonome Kleinstaaten, hier eine Redaktion, da ein Filmerkollektiv, da ein paar Musiker, N plus 1 WGs, Motorradstaaten, da eine Fabrik für Ökologie, ein Zusammenschluss örtlicher Polit- oder Kulturagenten zu einem Arbeitskreis, zu einem Frauencafé, Männercafé, Kneipen, Discos, einem Infoladen, einem Teeladen. Gibt es mehreres davon, in einem Stadtteil ändert sich seine Infrastruktur. Ändert sie sich erheblich, stellen die Enklavenstaaten den Bürgermeister. Zum Staatschef wird es nicht lang, so nicht oder so nicht. Aber die Enklavenstaaten strahlen aus auf die sogenannte Mitte und auf die einzelnen Familien, wie auch auf die Schulen, und zwar nicht wenig, wie wir gesehen haben die letzten 20 Jahre. Arbeit ist natürlich noch wichtiger als eine funktionierende Straße, beziehungsweise ihre Voraussetzung. Arbeit ist besonders in Deutschland nicht nur eine ökonomische Kategorie, Arbeit ist auch der effektivste und eingefahrenste Vorgang der psychomotorischen Gewaltabfuhr in der Gesellschaft. Je verordneter eine nationale Arbeitslosigkeit dann ist, also ökonomisch im Prinzip unnötig, umso schlimmer ist es. Denn das heißt, Staaten und Industrien nehmen sie in Kauf, setzen nicht unbedingt auf hiesige Investitionen, auf Umschulung, Ausbildung, andere Arbeitsverteilung und damit auf partielle Zivilisation. Sie könnten entsprechend andere Pläne haben für die Abschöpfung der nicht in den Arbeitsprozess integrierten Arbeitskraft. Mobilisierung des Gewaltpotenzials der nicht arbeitenden Jugendlichen, etwa in Richtung Ordnungshüter der Nation, Mobilisierung der anderen Freigesetzten in Richtung Blockwartstum und für alle in Richtung Bundeswehr, Richtung Osten, Richtung Süden, zu den vielen unbehausten, rohstoffgesegneten Steppen und unbefriedigten Märkten hin, der im Leeren torkelnde Gewalt Deutsche vor dem Ruf des lockenden Vakuums. Das könnte gefährlich sein. Und was dagegen wirkt oder funktioniert, denke ich, für mich sind das diese Enklavenstaaten. Und das ist von mir aus dem Interview, das ich vor ein paar Jahren mit der Taz gemacht habe, zu dem Winfried Bonengel-Film, der Beruf Neonanz. Ich lese mal noch ein Stück doch vor, das ich doch wichtig finde, weil wir auf den Punkt nicht gekommen sind. Das ist das Schweigen. Das Schweigen in bestimmten historischen Momenten. Das ist das 776. Das geht von der Situation aus, und gerade zwei Leute, von denen ich denke, Franz Jung und Georg K. Glaser, denen es gelungen ist, diese Brüche und diese Situationen der Linken im 20. Jahrhundert darzustellen und fast die beiden einzigen, die reagieren 1933, als die Nazis die Macht ergreifen, mit dieser Wahrnehmung von, ja, das ist nicht nur Leere, das ist ganz merkwürdig. Also Jung sagt, 1933, für sehr viele Menschen meines Schlages muss eine Art Albtraum plötzlich in die Wirklichkeit versetzt worden sein. Sie liefen herum wie die aufgescheuchten Hühner und gingen in Deckung, sobald einer auch nur laut gehustet hat. Wer Geld hatte, kaufte die Fahrkarte nach dem Ausland. Das neue Regime lief sehr langsam an, besondere Verordnungen waren noch nicht erschienen. Ich würde sagen, ich beobachtete die Vorgänger als Zuschauer sehr dicht bereits an der Rampe, aber unbehelligt und gleichgültig. Trotzdem würde das nicht den Kern treffen. Ich beobachtete überhaupt nicht, es ging etwas vor sich, was ich einfach nicht mehr wahrnahm, nicht mehr wahrnehmen konnte. So sehr war ich bereits innerlich von der Außenwelt entfernt. Ich hatte es kommen sehen. Ich hatte es vorausgesagt. Nicht nur ich, auch alle die vielen anderen, die sich jetzt wie Veits-Tänzer gebärdeten, wie die Gnome in einer irischen Sage, die auf dem offenen Herdfeuer geröstet werden. Und es war nichts geschehen. Für mich direkt, soweit ich am Leben bleibe, wird auch weiter nichts geschehen, werde ich gefühlt haben. Werde ich gefühlt haben. Vielleicht hatten meine Freunde erwartet, dass ich mich aufgeben würde. Ich habe schon erwähnt, dass ich gegen Ende 32 bereits nah daran gewesen bin. Ich hatte allerdings jetzt auch für Frau und Kind zu sorgen, für die Frau, die sich mir anvertraut hatte, als es mir scheinbar mit all den Reisen und Geschäften so gut gegangen war. Die Frau hatte in mir den Halt gesucht, eine selbst noch in der Erinnerung groteske Situation, dass jemand den Mut aufgebracht hat, in mir den Rückhalt zu sehen. Den Halt, den ihr der Mann, ein früherer Vorwärtsredakteur, von dem sie bereits getrennt war, nicht geben konnte. Immerhin habe ich den Namen des Mannes für die Wohnungsanmeldung benutzt. Wir konnten in diesen ersten unruhigen Monaten in einer von Gewerkschaftsgeldern gebauten Siedlung am Rande des Grunewalds in Zehlendorf eine Wohnung bekommen. Die Bewohner in dieser Siedlung gingen scheu aneinander vorbei. Sie kannten sich nicht und hatten auch nicht das Bedürfnis, sich kennenzulernen. An den Haustüren waren die Namensschilder der Bewohner sorglich entfernt. Jetzt beschreibt er, wie er mit dem Kind im Grunewald rumkrabbelt und kommt auf die Stelle. Es ist aus diesen Jahren nicht viel zurückgeblieben, an das ich mich halten könnte. Dagegen ist eine starke Erinnerung an das Kind geblieben. Ich habe in diesen Jahren mit Peter am Stadtrand von Berlin im Grunewald die Heinzelmännchen getroffen. Meist hat die Heinzelmännchen Peter zuerst gesehen um den dicken Stamm an der alten Buche herum oder versteckt im alten Laub vom Vorjahr. Ich selbst habe oft mit einem Stock gegen den Baumstamm schlagend die Heinzelmännchen erst herbeirufen müssen, wenn sie vielleicht andernorts beschäftigt gewesen sind und den Peter vergessen hatten. Ich weiß seit diesen glückhaften Jahren, dass die Heinzelmännchen keine Legende sind. Sie existieren durchaus und in Wirklichkeit und sie haben mir oft geholfen, Peter wieder zu finden, wenn er sich zu weit in den Büschen verlaufen hatte. Bei Glaser, der 1934 aus dem Saargebiet, als er sich an die Nazis anschließt, als einer der letzten, nach Frankreich verschwindet, beschreibt diese Zugfahrt, die an einem ziemlich ähnlichen Punkt endet, so. Wir waren durch die Nacht wie durch einen langen, langen Tunnel gefahren, denn am Morgen waren wir auf der anderen Seite der Welt. Fremde, hellbraune Ebenen, von Schluchten kleiner Flüsse durchrissen, von felsigen Rücken überragt, wir spürten einer in das anderen Augen, wie wir die Demütigung kaum noch ertragen konnten. Immer neue, unvorhergesehene Umstände, dieser Zug, der nicht fahrplanmäßig war, dieses Land, das uns ausschloss, vertieften die Not und machten uns hilfloser. Immer wieder kam einer auf die Vergangenheit zurück, die Erzählungen, die Müdigkeit und der Schmutz setzten sich wie Staub über den großen Schmerz. Ich hatte etwas verspielt, das weiterging als mein Leben. Es schien, als empörten sich die Genossen gegen ein Urteil. Sie waren jung und wollten nicht leiden für die tote Hülle eines sonderbaren Gespenstes. Gespenst, das K. heißt, Kommunismus, Josef K. Ein paar Wochen später ist er unterwegs, zusammen mit einem Typ, den er den Grafen nennt, zu den Eisenbahnwerkstätten von Kanon, wo es Arbeit für sie geben soll. Erst als uns der Wagen dritter Klasse aussetzte, verließen wir recht die Stadt. Der Zug entfernte sich so eilends, dass ihm der Graf argwöhnisch nachsah. Die Gegend schien nicht geheuert zu sein. Der Bahnhof ohne Straße ließ ihn ohne Rad wie einen Lahm ohne Krücken. Er raffte sich auf, sah mich unter seinen großen Augenlidern hervor, deren eines in edler Nachlässigkeit halb geschlossen war, an und sagte, weltmüde, mein lieber Hau Eisen, da wären wir nun. Ich hörte ihn nicht mehr, denn seit der eiserne Vorhang des wegfahrenden Zuges sich vor der Landschaft aufgetan hatte, war ich von der Stille gefangen. Die vier Bogenstriche der Gleise verhalten in einem einzigen Punkt der Ferne. Die Bahnsteige waren menschenleer. Hinter und neben dem Bahnhofsgebäude zitterten die Gärten in der vollendeten Stille, die nur das verschmolzene Geräusch unzähliger Millionen Halme, Blätter und Kleintiere erzeugen kann. Über all das hinaus enthielt die Stille einen nie vernommenen Bestandteil. Ich hatte nur eine braungestrichene Holzkiste, die einem Mann aus Toulouse nützlich gewesen war, ehe er sie mir geschenkt hatte. Sie war mangelschloss, mit Bindfaden verschnürt, sah aber trotzdem besser aus als ihr Inhalt. Während ich sie mir auf den Rücken lud, versuchte ich immer noch zu enträtseln, was eigentlich an der Stille neu war. Es war nicht die Feierlichkeit und grundlegende Bedeutung eines ersten Tages. Es war nicht, weil ich zur Stunde einig mit mir war. Wir gingen über die Gleise und durch den Wartesaal auf den Platz vor dem Bahnhof hinaus. Auf dem staubigen Platz, den große, gärtnerisch verstümmelte Platanen bewachten, standen einige Wagen ohne Fahrer. Das wenige Aufheben, das unser Erscheinen verursachte, wurde nachgerade beleidigend. Es blieb uns nichts anderes übrig, als aufs Geratewohl mit dem breitesten der drei Fahrwege voranzugehen, der hundert Schritte weiter in eine vielversprechende Landstraße mündete. Die unbekannte Stille verweigerte das Geräusch unserer Schritte. Wir waren nicht vorgesehen. Die Wahrnehmung, wir waren nicht vorgesehen, funktioniert wie ein Eintrittslüssel ins Reale. Auf diese Weise sieht Alice Miller Menschen aus dem Zustand braves Kind heraustreten. Du brauchst nicht fürchten, verlassen zu werden und zu Tode bestraft, wenn du die Wahrheit aussprichst. Du bist schon längst verlassen. Du wurdest zum Tode verurteilt. Von deinen Eltern schon, als du ein Kind warst und später immer wieder. Von deinen Chefs, von deinem Heimaufseher, von der kommunistischen Partei. Es ist genau dies, was Hau Eisenglaser in diesem Moment registriert. Weiter er. Meine Augen waren dabei, die blühenden Bäume, die wie Wiederkäuer im Grün liegenden Dächer der Scheunen und den strahlenden Himmel wie eine Ernte einzubringen. Und ich wusste nun, was in der Stille besonders und außerordentlich war. Noch niemals hatte in diese Stille hinein ein Mensch Worte gesprochen, die aus einer so hundertfach elenden Vorgeschichte bedingt waren. Die Vorgeschichte, die hundertfach Elende, ist die Geschichte der Hoffnung, das neue Leben mit der kommunistischen Partei in Deutschland im Lauf der 20er Jahre finden und aufbauen zu können. Stattdessen das Elend der inneren Zerstörung der Partei durch die Zeit, durch sich selber, die Zerstörung des Einzelnen durch den Apparat und andere Einzelne. Glasers Wahrnehmung dieses Geschichtsmoments ist umso berührender, als es sich um die Wahrnehmung eines Aktivisten handelt. Glaser war kein Bürokommunist, sondern immer eher Straße oder Fabrik, vom Trebegänger bis zur illegalen Betriebsgruppe bis zur bewaffneten Untergrundarbeit. Die Anspannung und Hektik dieser Tätigkeiten, die so selten ein Abspannen zulassen und eine Neueinstellung des Blicks, sind ihm eine jahrelange körperliche Realität. Er tritt heraus aus diesen, tritt auf ein französisches Feld in der Sommerhitze 1934, er sieht sich um, er hört die Geräusche und er sieht mit einem Male die Geschichte. Er kann sie sehen, weil er so viel Geschichte in sich aufgenommen hat die vorigen Jahre. Er ist gerade dabei, aus seiner Symbiose und Psychoanalyse mit der Partei herauszutreten, als einer der wenigen, der geheilt aus ihr hervorgekommen sein wird. Weil ich zur Stunde mit mir einig war, schreibt er, und damit beschäftigt, eine Ernte einzubringen. Die Ernte des Hörens dieser Stille und ihres Rauschens. Sie sind nichts anderes als das Geräusch, das die Lüge hinterlässt, im Moment ihres Verschwindens. Die volle Wahrheit klingt so, das Reale. Dies ist die entscheidende Schwelle, der Umstand, der Franz Jung und Georg K. Glaser befähigte, die beiden einzigen mir bekannten Zustandsberichte von der Linken im Deutschland der 20er und 30er Jahre zu schreiben, die deren Wirklichkeit enthalten. Alles, was ich sonst kenne, hat einen dieser drei Fehler. Denunziatorisch zu sein, beschönigend, verdrängend, anästhesierend oder alles drei zusammen. Gleichzeitig führt das bei ihnen zu nicht beschönigenden, nicht denunziatorischen und nicht anästhesierten Autobiografien. Und was Brecht und andere diesen Moment machen, ist das genaue Gegenteil. Oder auch die RAF 77, der Sprung an den Machtpol aus dem Loch, weil das Aushalten der des Verschwindens der Geschichte oder des Sich-Entziehens, das in bestimmten Momenten passiert, diese Wahrnehmung, wir sind, nicht vorgesehen, nicht ausgehalten wird. Dass ein Vernichtungswille da war gegenüber der RAF, das halte ich für zweifelsfrei. Die ganze Geschichte von Abschaffung, von Rechtsstaatlichkeiten, Verteidigungsbehinderung, das war ja auch genau der Punkt, aus dem heraus niemand in dem Moment, sagen wir mal, in einer ruhigen oder gewissen Klarheit sagen konnte, ich setze mich von der RAF ab, weil das alles gelaufen wäre unter Distanzierung. Natürlich distanzierte man sich nicht. Ich hätte um keinen Preis irgendein Distanzierungspapier unterschrieben, wie manche Universitätsleute das gemacht haben, um in ihren Geschichten keine Schwierigkeiten zu bekommen. Gerade weil der Zugriff, und das war ein sehr grausamer und übler und insgesamt, glaube ich, relativ kluger Schachzug dieses bundesrepublikanischen Staates für sich, hier überhaupt keinen Zweifel zu lassen, dass man bis zur, wenn man die Bilder sah, wenn man die Hungerstrechtsbehandlung, die Kommentare sah, verrecken sollen, das, was in der Bevölkerung am Pur kam, sollen sie doch verrecken, hängt sie doch gleich auf, legt sie doch gleich um. Das war so eine klare Haltung von der Mehrheit von Leuten und des Staates aus, dass man eine Position öffentlich sowieso gegen die RAF überhaupt nicht beziehen konnte. Also jeder, der das als Linker gewollt hätte, wäre für sich auf so einem Distanzierungszettel erschienen und hätte das nicht gemacht. Insofern ist das, was ich hier dazu jetzt sage, natürlich tatsächlich retrospektiv. Und eine Hilfe an dem Punkt 77 nach der Mogadischu-Geschichte gab es wahrscheinlich nicht mehr. Und deswegen ist es auch nicht eine psychoanalytische Beschreibung einfach, sondern ich denke auch eine Folge dieses Terrors, der auf sie runtergeht im Knast, dass sie bei diesen Formen ankommen. Ich würde die aber nicht so beschreiben, wären die nicht vorher in den Papieren teilt schon drin. Wären das vorher analytische Papiere und unter den Bedingungen des Knasts würden sie so reden, dann fände ich das völlig unberechtigt. Aber im Knast sieht man nur gesteigert, was vorher in ihrer in Anführungszeichen Freiwilligkeit in diese Isolation gegangen. Und das ist eine absolute Verzweiflung in den 70ern, weil man sieht mit einer revolutionären Politik in Deutschland, man wird dieses Land nicht umwälzen können. Man kriegt das nicht in den Griff. Wenn man in so einer Situation ist und analytische Sprachen einem nicht mehr zur Verfügung stehen, weil wenn man sie benutzen würde, klar würde, dass sie nicht stimmen, dass man Realitäten sich hinlügt, hindreht, dann wird, dann muss dieser Radikalismus immer abstrakter werden und Forderungscharakter kriegen. Und da kommt dieses irrsinnige Phänomen zustande, dass mit mal die Revolutionäre so reden, wie brave gedrillte Kinder von faschistischen Eltern. Togefällig ist, was Mami sagt. Niemand weicht ab, keiner steigt hier aus. Und wenn du das tust, dann Todesdrohung, müssen wir dich ausschließen. Die psychischen Zwänge der bürgerlichen Familie, das hätte ich nicht so erwartet, das in dieser Schärfe und Offenheit in den Briefen jetzt zu sehen. Das ist eine neue Wahrnehmung, die ich davon habe, dass sie im Knast tatsächlich auf, fast auf diese drei Formen, dieses abstrakter Gehorsam, die anderen Schweine, wer abfällt, ein Körper muss umgebracht werden, dass dahinter, wie wenn du Mama verletzt, bricht das System zusammen. Ich finde das grausam. Solidaritäten einfordern ist auch sowas. Das macht man nicht. Ich fordere mit niemandem eine Solidarität ein, mit keinem der Zuhörer oder sonst was. Ich würde nicht daran denken, das empfinde ich als ein Übergriff. Schon diese Formulierung, Solidaritäten einfordern, solidarischer Behandlung, das kommt genau aus diesem Denken, das ich für zerstörerisch halte. Und es ist natürlich noch viel mehr, Papa, Mama, auf der Geschwister-Ebene. Ich könnte das auch als Geschwister-Horror beschreiben, diese ganzen Eingriffe in den anderen Körper. Das ist genau nicht getrenntes Geschwisterverhalten. Von Kindern in Geschwisterreihen, genau aus der deutschen Familie, wie wir es auf allen Ebenen, jetzt nicht nur RAF, bis heute feststellen, dass dieses sehr viel stärker ausgeprägte Recht, das man sich nimmt, in den anderen einzugreifen, der neben einem sitzt, mit dem man zu tun hat, das ist alles Geschwister-Grapsch. Nicht voneinander getrennte, frühkindliche Geschwisterkörper, die nicht gelernt haben, nicht eine Identität jetzt, sondern ihre Zusammenhänge mit anderen zu finden und deswegen nie genau wissen, wo der andere anfängt und wo man selber aufhört und deswegen immer die Finger im anderen drin haben. Das ganze RAF-Syndrom ist auch von daher beschreibbar. Würde nicht alles enthalten, aber ist sehr stark drin. Ein Satz auch schon, so ein ganz einfacher Satz, der ungeheure Folgen hat, wenn ich denke, wenn man einen politischen Grundsatz fragen würde, würde ich sagen, Politik ist aufhören, etwas für andere zu machen. Das ist ein Satz mit ungeheuren Folgen. Politik besteht fast nur aus Vorschriften. Eine Gruppe legt fest, das und das ist so und so, richtet dem sollst du dich anschließen. Diesen Satz fallen zu lassen, das wäre eine wirkliche Revolution. Nichts für andere, nicht für andere denken, nicht für andere Vorschriften, sondern gucken, wo man ist, das steckt an. Man macht genug, doch wer das wirklich macht, das ist eine ganz andere Radikalität. Das ist ein Satz.